hallo leute wir sind in it takes two unterwegs gewesen und haben dort mit ganz vielen westen zu kämpfen wir waren ja beim letzten mal bei den eischernchen und haben da ausrüstung bekommen uns den auftragskiller gewonnen und ja die haben uns ins westen nest geschickt in unserem garten ich wünsche euch sehr sehr viel spaß der sewa der mit mir spielt ist hier oben verlinkt schaut auch gerne mal rein und bis gleich lte ist da ich habe das feuer du hast ich habe nicht aufgepasst solchen hinschießen auf das ziel da ist ein ziel irgendwo oder nein Ich seh' dich. Yay, hast du's geschafft. Hey. Du musstest da hinten draufschießen. Aber ich fürchte, das passiert noch bei der Arbeit. Ja, ich wurde auch schon bei der Arbeit gestochen. Was ist denn hier alles? Oh, ich hab ein Bettchen gefunden. Ey, das ist meins. Ich kann Liebe machen. Ey. Schick. Ich bin nicht in Stimmung. Ich hab Kopfschmerzen. Oh, wieder Migräne. Hier ist ein Minispiel. Oh, ich hab das Eichhörnchen angeschossen. Ach. Okay. Das war nur so ein Übungsstand. Wow. Äh, was sollen wir tun? Ah, warte. Okay. No. Ich bin hinterm Pilz irgendwo. Sicher, dass wir da lang müssen? Nee. Müssen wir denn hin? Ah. Du musst da oben, ist ein Ziel. Ja. Halt doch recht, stopp. Hä? Hä? Mach ich doch auf den Pilz. Ich kann nicht schieben. Das ist doch die falsche Richtung. Warte mal. Warte mal. Keine Ahnung. Ah, warte mal. Wow. Ah. Haha. Wir sind so klug. Wir sind so klug. Auf wir gehen. Nice. Progress. Äh. Vielen Dank für dein Follow. Huch. Äh? Der heißt Ö? Der Gierige. So, jetzt bist du wieder gefragt. Nicht mich hochkatapultieren. Warum nicht? So, ich glaube, das müssen wir kaputt machen. Juhu. Aber was ist denn hier noch? Hä? Da? Nichts. Einfach nur so. Ein Eichellager. So. Du bist gefragt? Ja. Wie geht es dir, Jesse? Juhu. So. Alles gut? Ähm. So. Sehr schön. Was treibst du gerade? Reicht, reicht, reicht. Wow. Ähm. Jetzt? Ah. 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 Hoch. Mach's nochmal tief. Wir müssen, glaube ich, da oben auf den Ast drauf. Stehst du? Ja, ne? Ja. Da. Hepp. Das Spiel ist mega. Spiele Xbox und lausche deinem Spiel. Sehr schön. Was spielst du auf der Xbox Schönes? Uh. Das Spiel ist großartig. Ich bin zwar nicht besonders gemacht für Jump and Run. Hm. Und Khaleesi muss ganz oft auf mich warten, weil ich ewig brauche für Dinge. Aber es macht mega Spaß. Okay. Das ist keine Ahnung, was das bringen soll. Darn, the sap isn't sticking. Looks like Squirrel Attack isn't foolproof. Ah. Ey, das muss irgendwie... Das muss doch irgendwie... Was ist das hier? Das ist halt hochentzündlich, ne? Aber wem. Hm. Ah, guck mal. Ich kann da drüben dran. Und da können wir uns dran erbehen. Ich kann aber nicht schießen währenddessen. Die Frage ist, wo wir hinwollen. Da nicht. Ach. Ach, weißt... Können wir vielleicht einfach da drauf hüpfen? Hm. Komm mal her. Und... Hm. Auch nicht irgendwie. Und da sind wir gekommen. Was? Hm. Das muss irgendwie... Wir müssen das Ding da. Das heißt, wir müssen da rüber... Ach! Da ran. Und dann musst du... Du musst mich da hoch bringen. Ja, okay. Maybe. Ach so, ich kann mich da... Nee! Oh! Musst du daran festhalten, ne? Ja. Und jetzt? Jetzt! Schnell, 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 schnell! Okay. Okay. Hahaha. Ah! Klug? Aha. Well, das hat interessant. Ähm. Oh. Hahaha. Schau mal an die Tesla-Koile. Diese Zwiebeln sind viel mehr wunderschön, als ich dachte. Ach, Alter. Ähm. Ah, okay. Du musst da rauf? Nee. Nee, du. Du musst das schießen, und dann musst du da drauf. Oder? Nee, geht nicht. Aber wie soll... Wie soll das denn? Wie soll ich das denn? Kannst du da durchschießen? Durch das Loch? Kann sein, ja. Ja. Ach! Ah! Jetzt weiß ich, dass ihr gemeinsam seid. So, jetzt muss ich schnell sein, oder? Weiß ich nicht. Musst wahrscheinlich einfach nur vorne... Oder du musst einfach weiterspringen. No. Du musst das Ding aber hier drehen, irgendwie. No. Ja, kann ich. Bereit? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert da? Ah, okay. So kann ich dich hochholen. Wie bist du denn? Ja. So weit bin ich noch nicht gekommen, bis Black Flag. Ich weiß nicht, welchen Teil ich gespielt habe. JC. Sehr schön. Sehr schön. Wir schaffen das. Oh ja. Da lang? Oder da lang? Hä? Ja, einfach mal in der... Und wir können einfach ohne Schmack gegen das Loch kommt hier. rollen Sie gerade zusammen bitte. Nein! Stimmen Sie nicht! Die rote Maske sind locker. Nein! Oh no! Oh no! Und los! Oh no! 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 oh cool ich kann mich bewegen das würde ich an deiner stelle auch ja was drückst du auch den knopf drückst du auch den knopf ich bin schade kommt zum vorschein schreibt was müssen wir tun irgendwas sollen wir da kannst du doch nichts machen oder lass uns mal gemeinsam hier drauf springen geht auch nicht was steht denn hier das hat so geklemmert hast du es gehört du musst überall dieses harz gedöns drauf machen und dann müssen wir eine kettenreaktion auslösen da habe ich ja gerade versucht ein bisschen mehr liebe so das hätten wir rauf das war knapp also mein gott da kommt noch mehr ich laufe ich laufe ich laufe alter wespen ist das hier alles vielleicht musst du hier irgendwas rein schießen das sind ja so öfen ja ich kann es mal versuchen zack da kommt locker noch was das hat einfach zu schnell zu gut funktioniert hätte ich den vielleicht auch vorher anfeuern müssen vielleicht ist da auch ein dings drin ja ach okay so erst mal hier ich drücke da noch nicht bitte nicht gut aber ja 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 ist ja gut ich mache es ja schon versuch mal sind wir gut heute ja wir machen wir das das sei vielleicht sind wir gut zack zuck schnack 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 hier ist irgendwas ein musikinstrument als seite das erinnert mich ein bisschen an squid game zieh kodi in das loch okay was soll ich denn drücken y ich drück doch jetzt hier drück ich halte das y nein ich habe richtig y gedrückt ich habe einfach sehr schnell gedrückt noch mal auch du arsch wie schnell drückst du mit mir rein mit dir rein mit dir rein mit dir rein mit dir ja aber hau den lukas hast du ordentlich eins aufs köpfchen gekriegt ja das stimmt da ging es ja auch nicht um geschwindigkeit sondern um skill hat es euch gefallen wenn ja lasst einen daumen hoch da aktiviert die glocke und verpasst einfach nichts kommt auf twitch und auf discord ist alles unten verlinkt ich würde mich tierisch freuen und wir hören uns dann beim nächsten mal wieder tschüss tschüss tschüss